Na gut, bye-bye. Jetzt habe ich schon gedacht, ich habe mich überschossen. Das wäre nicht gut gewesen. Es hat Schaden zugefügt, ja, eindeutig. Wenn er so reagiert. Nice. Okay, das gefällt mir. Rückzug. Das Problem ist Lava. Radunia macht es mir nicht leicht. Okay. Zurück im Krater. Varadunia. Dankeschön. Ort als Teleport-Ziel. Ja, das gefällt mir mal. Hey. Ganz genau. Dann musst du zuerst mal die Karte in die Finger kriegen, die den Aufbau des Titanen zeigt. Verstehe. Ja, kein Problem. Der Leitstein, der die Karte enthält. Na dann, kein Problem. Geh mal. Ich sehe einen Schatz. Moment. Wenn interessiert dich, harte, wenn du ein Schatz bist. Wahnsinn. Ich lasse mich auch leicht ablenken. Was? Antike Schraube. Schwacher Schatz. Okay. Es ist noch immer zu heiß, um auch noch irgendein Kleidungsstück von meinen Hitzeresistenz abzulegen. Also, bleiben wir so. Es ist leider im Moment die beste Rüstung. Leider. Ja gut, schauen wir uns mal. Das auch. Ah, da oben ist noch eins. Dunkey ist da drin. Ist sie jetzt heller? Nicht wirklich. Okay, dann. Muss ich in so einer Halbdunkelheit arbeiten? Das gefällt mir überhaupt nicht. Gut, mein Schwert leuchtet, aber... Klochen-Bockstuck. Im Prinzip ist nichts besser, als wäre das andere, was ich schon mit habe. Fackel mit Weitwurf. Okay, Fackel ist, glaube ich, in dem Fall wichtig. Ich glaube, ich brauche eine Fackel. Ähm... Die Frage ist, was wäre mir los? Was stürmend ist, zutiefst. Habt euch eine Fackel mit Weitwurf. Und Eispfeile, nice. Okay. Ah, schnapp ich mir ein Feuer und dann... Schauen wir mal. Alles leuchtet so blau heute. Nein, er traut sich nicht. Gut. Wenn es dir nicht traust, dann... ...wirst mit einem Pfeil erledigt. Rief dir nichts. Okay, okay. Ah, da Harina ist... ...ist kalt genug, dass ich mich eventuell sogar umziehen kann. Das gefällt mir. Okay. Das ist auch sehr verdächtig. Aber müssen wir uns dann anschauen. Hm. Und mein Notfallplan mit Mifas Gebet ist auch noch da. Okay, ist da irgendwo... ...ein Fackel oder so? Ah, Fackel, was red ich. Ich muss ein bisschen zurücklos werden. Oh ja, na. Antike Schraube. Ist am Anfang. Okay, na. Passt. So. Das Problem ist, ich sehe wieder nichts. Bis auf das Leuchten vor... ...boah, so. Und das finde ich verdammt ungut. Warum ist das so dunkel? Ah. Na, man sieht darin absolut nichts. Das ist ja frechend. Ritterbogen. Sinnlos. Ah. Ah, da ist eine Fackelstelle. Ah. Jetzt ist mir schon durch. Das ist irgendwas anderes. Und irgendeine Gekrache ist gerade. Das stört mich gerade unheimlich. Also. Real. Life. Ihr wisst schon. Nein. Ich kann nichts erkennen da. Sind wir schon beim Leitstellen? Ja. Sehr gut. Ich sehe noch immer nichts. Super. Hörst. Hahaha. Na gut. Aber Tarte hilft sicher viel. Hey. Genau. Jetzt erinnert ich mich. Da kriegt man ja so die geile 3D-Ansicht. Oh. Yeah. Okay. Kommt irgendwelche Gremassen schneiden. Keiner wird sie. Oh. Moment. 90 Grad neigen. Okay. Deine Position. Kontrollsiegel. Ja gut. Einfache Steuerung des Titanen ist ob jetzt möglich. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Ja. Können wir noch Licht auch da herinschaffen. Das war sehr gut. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Varudania regeln. Mhm. Um ihn zurück zu erobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Ja. Das kann man bekannt für. Verlass mich auf dich, Bruder. Jawohl, Bruder. Licht. Halleluja. Okay. Mein Hauptproblem ist verschwunden. Und Schätze. Ui. Wie habe ich die übersicht? Holzpfeiler. Yay. Ging ja mal eh demnächst schon aus. Also sollte man wieder kaufen gehen. Okay. Na, zahl mir. Gut. Wo ist eines dieser Dinger? Außerdem. Äh. Ich probiere es einmal aus, wo es passiert. Äh. Karte ist Minus, gell? Aus dem Prinzip hast du nur diese beiden Einstellungen. Du gehst dann so auf das... Wow. Okay. Verstehe schon. Verstehe schon. Okay. Ah. Was tue ich? Ich druck gerade irgendwas. Das Gekrache, das stört mich echt unheimlich. Euch auch. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache kurze Pause, bis das Gekrache da verschwunden ist. Okay. Äh. Währenddessen, ja. Wir sehen uns da dann wieder. Aber zuerst, drehe ich noch ganz kurz. Brrrrra. Okay. Das wäre noch ein witziger Tempel. Aber, kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder da. Okay. So machen wir wieder da. Ich glaube, das kann ich nicht aufgehört. Und... Ja. Ich bin kein Ahnung, wo lang. Hehehe. Okay. Super. Ja, schau mal mal. Oh. Das ist metallisch. Oh. Und Feuer ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Kontrollding Nummer 1. Klaro. Ich hab grad vor meiner Nase geschlossen. Super. Äh. Ja, was du es? Mach mal simpel. Ja, Zahnrad. Nicht schlecht, aber... Naja. Okay. Na? Vollkommen okay. Was brennt gut? Ah ja, mein Fackel. Richtig. Ja, die Fackel der Frugbrenner. In welche Richtung dreht sie, Varadonia? Ja, das ist gut. Okay. Äh. Was ist das da hinten? Ist das ein offener Schatz oder ein geschlossener? Na, das ist offen. Hmm. Beziehungsweise ist da hinten auch irgendwas. Nein. Okay. Na, dann schauen wir uns mal so um. Irgendwann muss man ja auskennen mit dem Ungetüm. Da kann man nicht gescheit auffüllen. Das ist ein Problem. Äh. Das geht. Cool ist schießen. Es geht vielleicht. Oder auch nicht. Hahaha. Das bringt mir leider überhaupt nix. Ah, damit. Okay. Wo ich nicht so gegangen wie erwartet hab. Vielleicht muss ich da oben. Wie kommt da sehen. Ja, ja, das ist schon verdächtig aus. Ohne ist hier ein Kontrollding. Beziehungsweise ist das. Ah, na, das ist die Mitte. Das müssen wir am Schluss machen. Ja. Okay. Wo ist das da drin? Ja. Okay. Okay. Reaktor kehren. Das tut sich definitiv aus. Das Problem ist, ich komm näher mal raus. Echt jetzt? Okay. Echt jetzt. Hehe. Ja, dann müssen wir drehen. Ah, ich sehe auch. Oh, und ein Kontrollsiegel. Okay. Na, laft. Das werde ich. Daug. So, da lau. Wo sind die drei? Äh, alle auf der linken Seite sozusagen. Oh, Verdacht. Was ist das? Das ist wahrscheinlich blau und zünden. Da sind ein paar Kollegen. Grüß mit einem roten Feuer. Na, okay. Hätte ich mir denken keiner. Hey, war er, Dunia. Haha. Sorry, wenn ich da im Auge herumstöche. Oh, mein Gott. Obwohl, da war ich noch nicht sorry, aber später. Okay. Ich habe eine Ahnung, was zu tun ist. Ich bin mir nur nicht sicher, wie ich das anhab. Ich bin mir auch noch. Es wird echt noch spannend. Na, ich sehe nichts. Was ist da runter irgendwie? schatz okay dass der noch nicht gefallen ist finde ich als kleines wunder aber ein ritterbogen echt jetzt was tun wir austauschen für was sind wir da ein neuer ritterbogen ok ich sehe einen hafen blaufeuer aber ich weiß noch nicht wie es aussieht transportiert obwohl wenn ich dreimal drehen kann ich das sicher doch ja ok hmm links weise ich verstehe was für dies ja gott passt schon lang zum verstehen die das ungetümte okay zuerst 3 abwart wo stehe es ist gut ich hätte mir jetzt was in die in den tot geht red gut jetzt andrein away oh okay and I've been safe over das war die erste Zeit ich wollte in die andere Zeit ok gut machen wir so ah ok versteh schon so funktioniert das gut sind wir ziemlich weit oben kann ich mit der Stelle was anfangen nicht so recht ok wo war das wo ich das anzünden wollte das war irgendwo da unten ich darf mein Fallschirm nicht öffnen jetzt gerade im Moment oh no da komme ich auch nicht vorbei aber ich muss da vorbei gleich mal seiten wechseln geht das oh ist das ok ok na dann du ist weg du das ding auch weg und dann 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 werde ich schon ok du Kollege schau her gut weg ist frei fußweg fußweg ist auch frei ja passt ok jetzt brauche ich nur die blauflamme wahrscheinlich vor da drüben aber es ist wütiges ding da ist nicht dass blockade existieren und ja dann werde ich schon dann werde ich schon hm hm na ok das bringt ja nix ach dammit wieder aufsteigen na auch nicht hm vielleicht doch wo der andere Seite boah ok Gefahr wow also das ist ein ziemlich schwieriger Tempel ich nenne es einmal so meiner Meinung da gibt es dann nix eine gute Möglichkeit wie ich das herkriege das blaue Feuer seh leider nix das ist das Problem hm hm na keine ahnung ich bin gerade ein bisschen buff oh no ok ok was passiert wenn ich abstütze testen wir es mal haha das habe ich ja bei einem anderen nie ausprobieren können ok einfach einen schaden also auch jetzt fertig respawn ok nein ich bin gerade ich bin gerade gleich ich bin gerade